jetzt aber hier sorry mein lautstärkeregler wollte gerade überhaupt nicht weiß nicht ja unten zweiten kann man auch nicht stellen wenn es ein großer raum ist oder video kamera weiß ich nicht habe ich nicht habe ich nicht geguckt wo der ist ich bin nicht lebensmüde ach so schlimm ist das doch gar nicht ich bin ja auch schon ohne täschendamm raus so ich weiß schon gesehen konzentriere mich jetzt mal ausschließlich auch das hören ob ich etwas höre von ihm 2,3 war jetzt nur der schalter oder äh lol warst du das gerade doch 2,9 geh mal hoch zurückmeldung ich geh mal hoch irgendwas ist hier gerade gefallen irgendwo telefon auch ziemlich noch nicht sicher wow wow oh ok schon gefrieratmen das ging schnell gefrieratmen ich habe den raum ok ich erscheine gleich Kamera steht willst du die box ausprobieren du hast bessere lampen dann kannst du deine sprüche gleich mal ausprobieren hallo hier hinten können wir helfen bist du freundlich bist du freundlich bist du freundlich was willst du box ich teste gerade die box ja der war hier gerade dran wir haben bisher nur gefrieratmen aber den hatte ich ja schon durchgesagt wenn er denn ankam der funk ja ich schreibe ins buch ich habe das buch mal mittiger hingelegt mit der hoffnung dass er irgendwann reinschreibt zeige dich jetzt auch ein triggerwort wusstet ihr das? ist es? wieso? wie jetzt? hä? genauso wie die erschrecken und angst echt jetzt? laut seite ja also das macht ihr wütend? boxy? hm? also das macht ihn wütend? das macht ihn aktiver ja aktiver aber nicht wütend ja guck mal ein geschichtsbuch aus deutschland ja kannst du mal sehen ost oder westseite steh nicht drauf sei gemein sei gemein sei gemein in 60er ich würde sagen wir schauen mal nach orbs ich würde sagen wir schauen mal nach orbs boxy will irgendwie nie mit mir reden habe ich das gefühl irgendwas habe ich ihm getan irgendetwas habe ich ihm getan es wundert mich gar nicht dass ich ihm irgendwas getan habe und nichts davon weiß die ist bei mir standard wir haben einen orbs sag ich ja also die mehrere kann ich damit schon mal ausschließen die bräuchte geister box und auf die hat sie nicht reagiert ja und ich tippe auf ich tippe mal auf emf eventuell wobei das buch kann ja auch dauern immer noch das zweite mit wow alle bewegungssensoren weg mit einem schlag foto vom geist 63 ne meine ist noch recht hoch haben wir keine san haben wir keine sanity pin dabei ich habe gerade hingeschaut da ist keine einzige sanity bilde drin naja gut das ist nur die schule und ein geist von dem wir abhauen können also jetzt kriegen wir schon hin hier sofort verschwungen dann ist es ein phantom ja ja fünf phantom haben wir nicht ja sie phantom ist ein name ja aber ja aber phantom ist trotzdem mein name und kein geist sie hat gesungen wir haben es gehört was nein dass sie gesungen hat haben wir gehört auf jeden fall hat man ein foto gemacht und sie war verschwunden ja ich habe es gesehen und gehört oh man kann die schere gar nicht aufheben oh armes tufileini tufilei hi einfach ein foto und wo von was hä hier mach du mal ich habe ich habe es überhaupt nicht gesehen ne ne ich weiß das foto aber wenn sie verschwunden ist dann zählt das als interaktion ja eben und ich habe überhaupt nicht mitbekommen wo sie überhaupt war bisschen des den vested etwas zu zum herr von ihm da dann Ich bin weg, rausgerannt, einfach raus. Wie bist du? Wobei, könnte auch ich sein. Was denn? Ich hungere frech Hunger. Also der ist auf jeden Fall hinter uns beiden, ja. Der wollte mich haben. Oder mich. Wie gesagt, der war hinter einem von uns beiden her. Telefon! Telefon, 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 Tele Ja, du hast ihn im Griff oder eben nicht im Griff? Eins von beiden. Ja, ich, äh, ich hör's. Hä, hattest du nicht ein Fotoapparat dabei? Nein, ich rede von Foxys. Ach, hier unten. Loll, muss man neuerdings die Leiche vielleicht haben? Ja. Naja. Mehr können wir leider nicht tun für unsere Foxy. Aber wie hat der sie gekriegt? Der ist wahrscheinlich in die drin gespawnt. Also, dann tun wir mit der Foxy, ja. Anscheinend. Aber der ist ja sowieso gegen jeden, äh, Herr, der am nächsten bei ihm steht. Der Einzige, die das nicht macht, ist die Banshee. Und der Revenant greift, glaube ich, auch immer noch alles und jeden an. Alle auf der Haaren, Ziele haben wir. Ja, ich, die ist. Also, wir wollen gefahren und Foxy zurückholen? Wir sehen uns eigentlich alle wieder.